Hallo zusammen, der Tesla Tom macht jetzt einen kleinen Test mit euch und zwar wollen wir mal schauen, was passiert, wenn wir den Autopiloten bzw. die Fahrassistenten aktiv geschaltet haben und dann die entsprechenden Anforderungen, das Lenkrad zu drehen, ignorieren und dazu müssen wir den natürlich jetzt erst einmal aktiviert kriegen und das scheint jetzt hier auf der Strecke nicht so gut zu funktionieren, weil die Straßenlinien nicht korrekt da sind, aber hier sollte es ja jetzt eigentlich klappen, ups, nochmal, so, jetzt gefällt mir das schon besser, so und dann fahren wir jetzt auf die Ampel zu, das bringt uns jetzt natürlich noch nichts, da muss ich natürlich jetzt erstmal noch bremsen, denn die rote Ampelerkennung, die funktioniert ja noch nicht bzw. lasst sie natürlich rekuperieren. So, jetzt müssen wir nochmal warten, bis es wieder grün wird. Weiter geht's, dann 30 Stundenkilometer und, na, komm, hier wieder nicht, jetzt wieder auf. So, dann, ich bin natürlich jederzeit Lenkbereit, klare Sache, aber ich mache jetzt tatsächlich nichts, ich lasse ihn jetzt hier in die Kurve fahren, das macht er auch anstandslos. Jetzt kommt schon die erste Warnung, dass ich das Lenkrad leicht drehen soll, mache ich nicht, es fängt an blau zu blinken, jetzt könnte ich eingreifen, mache ich aber nicht. Jetzt kommt die erste Warnung, leicht drehen, mache ich immer noch nicht. Doppelwarnung, wieder ignoriert und jetzt bremst er sogar runter und schimpft ganz böse, jetzt renke ich ein bisschen. Somit habe ich den jetzt praktisch rausgenommen bzw. er hat sich selber jetzt praktisch deaktiviert und für diese Fahrt steht das jetzt nicht weiter zur Verfügung, selbst wenn ich jetzt also ihn anfordere, dann bekomme ich hier die Meldung, dass das für diese Fahrt jetzt nicht mehr zulässig ist, also man muss einmal aussteigen, einsteigen und praktisch wieder neu losfahren und dann ist die Funktion wieder da. So sieht das aus. Ich hoffe, das hat euch geholfen, ihr müsst es nicht nachexperimentieren, habe ich jetzt für euch gemacht, vielen Dank fürs Zuschauen, bis dann, euer Tesla Dom.